Für mich sind die Begriffe Frieden und Gerechtigkeit manchmal schwer zu greifen. Denn hier in Deutschland ist ja mehr oder weniger alles recht sicher. Schalte ich allerdings die Nachrichten ein, bekommen sie schnell eine ganz andere Dimension. Unterdrückung und Gewalt sind in manchen Ländern leider noch in der Tagesordnung. Und dann wird auch relativ schnell klar, dass es ohne Frieden und Gerechtigkeit keine Nachhaltigkeit geben kann. Weder aufs Klima bezogen, noch auf das Miteinander. Für mich ist Toleranz der Schlüssel für ein friedliches Miteinander. Und auch diese beginnt vor meiner Haustür. Deswegen kümmert sich Ziel 16 darum, dass wir alle friedlich miteinander umgehen. Hier in Köln oder auf der ganzen Welt. Außerdem ist es mir wichtig, dass es gerecht zugeht, auf höchster staatlicher Ebene. Ich unterschreibe zum Beispiel gerade eine Petition für mehr Rechte für mich als Bürger im öffentlichen Raum und gegen zu viel Videoüberwachung. Denn ich finde es total wichtig, sich einzumischen. mit Köln oder Hühnerfigur